Ich bin aber noch gar nicht müde. Blödsinn, es ist schon spät. Liest du mir nochmal eine Geschichte vor? Nein, es reicht. Schlaf jetzt. Ich bin noch gar nicht müde, aber ich vermisse Mama ein bisschen. Und ich hab Durst. Vielleicht bringt sie mir ein Glas Wasser. Mama, ich habe Durst. Na gut, ich hol dir ein Glas Wasser, aber danach geht's wieder ab ins Bett. Ich bin immer noch nicht müde, aber die Schatten sehen sehr komisch aus. Ich glaube, unter meinem Bett ist ein Monster. Ich hab Angst. Mama soll mich beschützen. Mama, in meinem Zimmer ist ein Monster. Na gut, ich gucke nach. So, kein Monster. Schlaf jetzt. Ich kann nicht schlafen. Ich vermisse Mama. Ich möchte mit ihr kuscheln. Mama, liest du mir vielleicht doch nochmal deine Geschichte vor? Sag mal, ständig kommst du mit irgendwelchen Forderungen. Mir reicht's jetzt. Ab ins Bett. Ich möchte dich hier heute nicht mehr sehen. Warum ist Mama auf einmal so böse? Vielleicht kann ich schlafen, wenn ich die Augen ganz feste zusammenkneife. Nein, es klappt nicht. Ich möchte zu Mama, aber ich darf nicht. Ich möchte nicht, dass sie böse wird. Aber ich glaube, das Monster ist wieder da.